Bitcoin, Ethereum und der Rest des Kryptomarktes stehen kurz vor etwas Großem größer als ihr erwartet. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos anschaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy. Ich bin heute nicht ganz fit, aber es wird besser. Gestern war ich ein bisschen krank, daher habe ich die Show nicht gemacht. Danke, dass ihr geduldig wart und heute zuschaut. Ich schätze es wirklich, dass ihr dabei seid und die Show genießt. Okay, reden wir über einige interessante Nachrichtenartikel und schauen uns die Degen-Ecke an, weil in letzter Zeit viel passiert ist und wir schauen, was mit Bitcoin und Ethereum los ist, wohin es geht und wie wir davon am besten profitieren können. Okay, weil das ist ja der Grund, warum ihr hier seid, oder? Weil, wisst ihr, Krypto ist Geld und Geld ist das, woran jeder interessiert ist, weil man genug Reichtum anhäufen will, um andere Dinge zu tun. Man will großartige Dinge mit seinem Leben und für die Familie tun. Das ist also, worum es bei Bitcoin und Kryptowährungen geht. Und wenn ihr am Traden interessiert seid, machen wir das auch. Ihr könnt das bei buybitdavinci15.com tun, links unten in der Beschreibung. Ihr habt noch ein paar Tage, um Geld zu verdienen, indem ihr eure Freunde zu Buybit einladet. Wenn ihr bereits ein Buybit-Konto habt, könnt ihr euch auch hier anmelden, registrieren. Links sind unten in der Beschreibung. Ein paar Nachrichten zum Waffle-Team. Sie haben das Waffle-Studio geschaffen. Das erlaubt euch, 2D-Animationen, 3D-Animationen und eine ganze Menge anderer Dinge mit einer Studioanwendung zu erstellen. Sehr interessant. Schaut euch das an, spielt damit und genießt, was sie erreicht haben. Okay, kommen wir schnell zur Degen-Ecke. Ihr denkt vielleicht, oh mein Gott, wir gehen runter. Nichts geht in einer geraden Linie nach oben. Wenn doch ist es ein Betrug, dann werdet ihr verbrennen. So wie bei Bitcoin und so weiter. Wahrscheinlich auch bei Nero, ihr habt gesehen, was es gemacht hat. Es hat das Unmögliche geschafft, eine Marktkapitalisierung von 200 Millionen in ein paar Tagen. Seid vorsichtig im Meme-Coin-Bereich. Ich sage nicht, dass Nero nicht weiter steigen kann. Es könnte weiter steigen, niemals fallen. Es könnte weiter steigen, niemals fallen. Aber die Chancen dafür sind nahezu null. Es gibt keine Kryptowährung, die nur in eine Richtung geht und das nach oben. Also ja, viele Leute haben in Panik verkauft. Viele haben das Handtuch geworfen, aber das ist dumm. Selbst dieser Typ, der 1,6 Millionen ausgegeben hat, ist noch dabei. Er hat 50 Prozent verloren, weil er weiß, dass wir eine Basis aufbauen. Also wartet er ab. Wenn es sich umdreht und wir eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen erreichen, wird er lachen. Gleiches gilt für den Waffles-Coin. Wir sind zurückgekommen und sind im Kaufbereich. Dies ist der Kaufbereich. Wenn Waffles endlich abhebt, wird es eine epische Reise. Ihr könnt sehen, wie es hier eine W-Formation bildet. Dann geht es los. Also verpasst es nicht. Once we do that, this nice W in action. Boom. Once we're back up here, it's like boom. Boom. So don't miss out, right? Bei Pepe dasselbe. Wir haben die Trendlinie gebrochen und gehen wieder runter, aber das ist okay. Frühphase. Wir werden sehen, wie diese Degen-Projekte neue Höhen erreichen. Macht euch keine Sorgen darüber. Okay, schauen wir uns einige Nachrichten an. Bitcoin-Dominanz erreicht ein Drei-Jahres-Hoch, aber Analysten sagen, dass Altcoins bereit für eine Rallye sind. Das ist großartig. Bitcoin ist jetzt die dominierende Kraft auf dem Kryptomarkt und übersteigt 53% des gesamten Kryptomarktes. Stärker als je zuvor in den letzten drei Jahren. Ich glaube, es ist noch höher als 53%. Das schauen wir uns später an. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt jetzt bei 1,2 Billionen Dollar laut CoinGecko. Im Vergleich dazu beträgt die gesamte Marktkapitalisierung von Krypto 2,44 Billionen Dollar mit 15,9% des Marktes, die von Ethereum besetzt sind. Fast 400 Milliarden Dollar. Wir stehen also kurz vor etwas Großem. Also haltet euer Krypto fest. Es wird verrückt. Breaking Casper? Casper hat ein Allzeithoch erreicht, das dritte Mal in Folge. Ja, ich habe gesagt, ihr solltet in Casper investieren. Die Technologie ist solide und hat großartige Zukunftsperspektiven. Ich mag die Richtung ihrer Entwicklung nicht, aber das wird sie nicht davon abhalten, extrem erfolgreich zu sein. Nur weil es meine Meinung ist, dass ich das anders gemacht hätte, heißt das nicht, dass sie nicht gut abschneiden werden. Also ja, investiert definitiv in Casper. Aber es wird langsam steigen und etwas Großes in der Zukunft sein. Dezentrale Kryptobörsen verlieren langsam an Boden gegenüber DeFi-Konkurrenten. Im Jahr 2024 haben Dex Volumina einen langsamen und stetigen Anstieg verzeichnet. Es ging von 133 Milliarden im Januar auf 179 Milliarden diesen Monat, was einem Anstieg von 34 Prozent entspricht. Ja, ihr wollt DeFi gegenüber CeFi verwenden. Was ist der Unterschied? DeFi bedeutet, dass ihr die Kontrolle über euer eigenes Geld habt. CeFi bedeutet, dass eine zentrale Instanz euer Geld kontrolliert. Bei DeFi müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass jemand mit eurem Geld davonläuft oder dass eine Firma bankrott geht. Bei CeFi müsst ihr euch Sorgen machen, dass die Regierung die Regeln ändert oder die Firma selbst die Regeln ändert. Die Regeln bei DeFi sind klar und ändern sich nicht. Die Regeln bei CeFi sind nicht klar und ändern sich. Bitcoin-Hashrate steigt, was auf wachsende Konkurrenz unter den Minern hinweist. Das bedeutet, dass Bitcoin neue Höhen erreichen wird. Dies ist ein weiteres Signal von vielen, dass Bitcoin und Ethereum unglaublich bullish sind. Ethereum-Wale haben in den letzten 48 Stunden mehr als 126.000 Ethereum angesammelt im Wert von ungefähr 440 Millionen Dollar. Unglaublich. Schließlich erwirbt MicroStrategy weitere 169 Bitcoin im Wert von 11,4 Millionen Dollar. Er wird Bitcoin kaufen, solange ihr bereit seid, es zu verkaufen. Gehen wir zu den Charts für heute. Bitcoin ist seit der Trump-Rallye gesunken, was vorhersehbar war. Ich habe es geschortet und einen kleinen Gewinn gemacht. Es war offensichtlich, dass es sinken würde, weil alle Hoffnungen auf die Trump-Rallye gesetzt hatten. Dies ist ein Trump-Dump. Aber es spielt keine Rolle, wo ihr jetzt kauft. Bitcoin steht kurz vor einer Explosion. Wenn ihr bis zu 60.000 oder sogar auf den Gap wartet, ist das in Ordnung. Aber an jedem Punkt, wenn ihr auf diesen Gap wartet, ist das in Ordnung. Kauft jetzt, bevor es ohne euch losgeht. Ethereum wird nicht unter das 2700 bis 2800 Dollar Level fallen. Jeder Dip ist euer letzter Dip, also kauft Ethereum oder Bitcoin. Ihr könnt etwas Hebelwirkung auf buybit.davinci.jot15.com nutzen. Links sind unten in der Beschreibung. Schauen wir uns die Dominanz an, bevor wir enden. Die Dominanz hat fast ein Allzeithoch bei 57 Prozent erreicht. 57 Prozent. Wow, Jesus. Schau an das. 57 Prozent ist der Alltime High. Aber, ja. Das bedeutet, dass Bitcoin weiter steigen wird, wahrscheinlich einen neuen Trend hier schaffen wird, während es höher steigt. Bitcoin ist der Apex-Räuber aller Kryptowährungen aufgrund seiner vielen technologischen Vorteile. also werden wir sehen, dass es weiter steigt. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich war ein bisschen angeschlagen, aber ich habe die Show trotzdem gemacht. Ich werde versuchen, morgen eine weitere Show zu machen, aber keine Garantien. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheers.